Kopa Zwei Bohnen, drei Bohnen und vier Bohnen. Zwei Schalen bleiben leer. Ordnen Sie sie nun in einem Kreis an und mischt sie. In die Mitte wird eine weitere Schale offen hingelegt. Jeder Spieler erhält zehn Bohnen. Der Startspieler wird ausgelost. Wer an der Reihe ist, deckt zwei Schalen auf. Wenn die Anzahl der Bohnen nicht zueinander passen, endet der Zug des Spielers. Wenn die Anzahl der Bohnen passen, legt der Spieler eine seiner Bohnen zu einem der Bohnenhaufen, deckt dann eine der Bohnenhaufen wieder mit der Schale zu und darf eine weitere Schale aufdecken. Wenn die Anzahl der Bohnen wiederum passen, darf er den Prozess wiederholen. Wenn nicht, endet sein Zug. Wenn ein Spieler auf zwei Fünferhaufen stößt, packt der Spieler einen der Haufen, inklusive seiner eigenen Bohnen, in die Schale. Die offen liegenden Schalen werden wieder zugedeckt. Von nun an, wann immer ein Spieler in seinem Zug keine passenden Schalen aufdeckt, muss er sich eine Bohne aus der Schale in der Mitte nehmen. Wer als erstes alle seine Bohnen abgelegt hat, gewinnt. Bei dem nächsten Spiel handelt es sich um Kala. Hier werden 16 Schalen, wie hier zu sehen, ausgelegt. Ein Spieler wählt die helle Schale, der andere die normale, welche sie auf diagonal gegenüberliegenden Eckschalen setzen. Der Startspieler wird ausgelost. Nun spielen die Spieler abwechselnd. Sie nehmen vier Bohnen und sehen sie horizontal oder vertikal von ihrer Hauptschale ausgehend aus. Wobei auf der Route einmal eine 90 Grad Winkelabbiegung vorgekommen darf. Nach dem Aussehen wird die eigene Spielschale auf die zuletzt platzierte Bohne gesetzt. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Es ist erlaubt, die gegnerische Schale in eine Saat mit einzubeziehen. Hierbei kann man in etwa über eine gegnerische Schale springen oder direkt auf einer gegnerischen Schale in den Zug beenden. Wobei man allerdings seine eigene Schale nicht auf die des Gegners legen darf. Sondern auf eine Schale, die horizontal oder vertikal an die Schale des Gegners angrenzt. Wenn sich in der eigenen Schale vier oder fünf Bohnen befinden, ist man nach seinem eigenen Zug noch einmal in der Reihe, indem man nun die in der Schale befindlichen Bohnen aussäht. Wenn ein Spieler die letzte Bohne seiner Aussaat in einer Feldschale legt, in der sich bereits drei oder vier Bohnen befinden, darf er diese Schale ausleeren und erhält die Bohnen. Wenn sich in einer Schale fünf oder mehr Bohnen befinden, werden die Bohnen zurück in die Bank gelegt. Das Spiel endet, wenn ein Spieler für seine Aussaat keine vier Bohnen mehr aus der Bank nehmen kann. Wer die meisten Bohnen hat, gewinnt. Das dritte Spiel trägt den Titel Hopper. Die 16 Schalen werden in ihrem Tablett in die Mitte eines Tisches gelegt. Der Anfangsspieler wird ausgelost. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wer in der Reihe ist, legt eine Bohne auf seine Hand und schlägt diese dann mit den Fingern gegen die Kanten des Tisches, um die Bohne Richtung der Schalen zu schleudern, wo sie im Idealfall in einem der Schalen landen. Danach ist der nächste Spieler in der Reihe. Ein Volltreffer gelingt, wenn man eine Schale trifft, in der bereits drei Bohnen liegen. Hierbei kann sich der Spieler die Schale nehmen. Die Bohnen kommen zurück ins Spiel. Der Spieler gewinnt, der als erstes vier Schalen erobert hat. Das vierte und letzte Spiel trägt den Titel Da Copa. Die weiße Zielschale wird in die Mitte der Spielfläche gestellt. Pro Spieler werden je nach Größe der Runde drei oder vier Schalen von der Zielschale ausgehend in die Richtung der Spieler platziert. Jeder Spieler hat 16 Bohnen, die er in einer Hand unter dem Tisch verbirgt. Alle Spieler spielen gleichzeitig. In Geheim entscheidet sich jeder Spieler für eine Zahl von 1 bis 5 Bohnen und nimmt sich diese unter dem Tisch hervor in die Faust und legt sie auf den Tisch. Sobald alle Spieler dies getan haben, öffnen sie die Faust. Der Spieler mit der höchsten Zahl darf die Bohnen in die von ihm ausgehende erste Schale füllen. Alle anderen verlieren die vorgezeigten Bohnen. Wenn mehrere Spieler die Höchstzahl vorweisen, gewinnt der Spieler mit der zweithöchsten Zahl die Runde. Wenn alle die gleiche Zahl haben, verlieren alle. Wenn jemand keine Bohnen mehr hat, scheidet er aus. Ist nur noch ein Spieler übrig, legt dieser eine Bohnen in seine nächste Freischale. Erreicht einen Spieler mit seinen Bohnen die Zielschale, gewinnt er. Schafft dies niemand, gewinnt der Spieler, der am weitesten gekommen ist. Sie haben sich gerade das Video zu dem Brettspiel Koper von dem Steffen Spiele-Spieler Verlag auf unserem Channel Spielregeln-Spielanleitung angesehen. Das würde Ihnen gefallen und nun möchten Sie gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Dann surfen Sie zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schauen Sie, ob und welche Spiele wir gerade verlosen.